Guten Abend, schön, dass ihr alle gekommen seid. Danke dem Wok und den Mikrofonengeln zu unserem Vortrag ein VPN zum Schutz vor Quantencomputern. Wir werden damit anfangen zu erklären, was dieses Häschen und Rosenpaas eigentlich soll. Rosenpaas ist nicht nur ein VPN, Rosenpaas ist Post-Quantum-Kryptografie, Kryptografie für die Zeit, nachdem wir tatsächlich Quantencomputer erfunden und implementiert haben werden. Und angefangen haben wir damit, postquantensichere VPNs zu bauen mithilfe des WireGuard-Protokolls. Und mehr wird jetzt noch nicht verraten. Ich stelle euch mal vor, unseren Lead-Dev Kora. Hallo Kora oder Kau. Und unseren Oberingenieur Wanya. Guten Morgen. Der heute frisch aus Japan eingeflogen in einer anderen Zeitzone wohnt und ein bisschen den Film vor Führer spielen wird und ein bisschen Live-Demo machen. Das ist unser erster deutschsprachiger Vortrag. Der ist ganz neu und wie immer ist der Vortrag buchstäblich fünf Minuten vorher fertig geworden. Er wurde also wie immer sehr, sehr gut. Wer Typo findet, darf sie behalten. Und damit fangen wir mal mit Folie 1 einfach an. Genau, wie so oft bei so einem Vortrag ist es ganz sinnvoll zu klären, worum es eigentlich geht. Wir können uns hier beiderseitig arrangieren. Bei so einem Vortrag ist es immer ganz sinnvoll vorher zu sagen, worum es geht und was euch heute hier erwartet. Wir haben das so strukturiert, dass die Kryptografie nicht allzu schmerzhaft ist. Wir haben eine Demo und dann nochmal was in Farbe, das Animationen beinhaltet. Also wir werden das unterbrechen und dazwischen kommen dann unangenehme Mathematik. Genau. Aber wir fangen an erstmal damit zu klären, was Rosenpass eigentlich ist. Rosenpass ist nämlich mehrere Sachen gleichzeitig. Rosenpass ist auf der einen Seite eine Software. Und zwar ein Add-on für WireGuard, um Postquantensicherheit zu ermöglichen. Das ganze implementierten Schlüsseltausch, der auch Standalone benutzt werden kann, also mit anderen Kryptografie-Softwares, Produkten oder Open-Source-Projekten integriert werden kann, die noch keine Postquanten-Kryptografie unterstützen. Wenn die Protokolle sinnvoll designed sind, die dahinter stehen, könnte das auch Postquantensicherheit für andere Protokolle ermöglichen. Auf der anderen Seite ist Rosenpass eben ein eigenes kryptografisches Protokoll. Wir haben das nicht komplett alleine entwickelt, aber wir haben eben eine besonders gute neue Version von der Arbeit an postquantensicheren Protokollen. Es ist ein kryptografisches Protokoll, ein Schlüsseltauschverfahren. Es ist postquantensicher. Ich glaube, ich habe hier einen Typo gefunden. Darf ich den behalten? Ja, okay. Postquantensicher. Und wir streben auch an, dass wir formal verifiziert sind. Das ist eigentlich in sinnvoller Kryptografie, bei einem sinnvoller Open-Source-Kryptografie heute Standard, dass man ordentlich verifiziert, was für Code man da produziert hat. Aber bei so manchen Kryptografie-Produkten ist das noch nicht so der Fall. Deswegen dachte ich ihm hier das hervor. Genau. Und das Wichtigste für mich und für meine Aufgabe ist der dritte Punkt. Wir sind ein community-nahes Projekt, um Forschung zu ermöglichen. Und wir sind auch eine Wissenschaftskommunikationsinitiative, um Kryptografie der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also hier sind die Leute, die Gutes tun. Und ich bin dafür zuständig, darüber zu reden und das irgendwie verständlich zu machen. Genau, weil wenn Menschen die Kryptografie, die sie einsetzen sollen, nicht verstehen, kommen meistens auch nicht so gute Systeme in der Praxis heraus. Das heißt, gute, sichere Kryptografie braucht auch gute Bildung, was Kryptografie angeht. Genau. Und bitte nicht frustrieren lassen, ist wie im alten Matheunterricht. Ihr müsst das nicht alles gleich anschließend im Test reproduzieren, was hier so an die Wand geworfen wird. Und wir haben auch superschöne Illustrationen. Und es gibt ja Gott sei Dank eine Rückspultaste und media.ccc.de. Es kommt auf jeden Fall nicht in der Klausur vor. Genau. Ja, also angefangen mit der Frage, was ist eigentlich das Problem? Angriffe von Quantencomputern sind das Problem. Und da gibt es ja schon diverse Vorträge, die das erklären. Wir rollen das hier noch mal kurz auf. Auf der einen Seite gibt es Shores Algorithmus. Also den Algorithmus von Peter Shores. Ich dachte, wir haben das mal hier aufgezeichnet, wo überall Namen drin vorkommen. Weil diese ganzen kryptischen Abkürzungen sind eigentlich nur die Namen von Kryptografen, die sich da selbst verewigt haben. Und mit vielen Jargon löst das einige mathematische Probleme, auf denen moderne Kryptografie basiert effizient. Und effiziente Lösungen für diese Probleme bedeuten, dass die Kryptografie dann nicht mehr benutzt werden kann. Im Konkreten sind gebrochen die viel benutzten Verfahren RSA, Diffie-Helman und Elliptic Curve, Diffie-Helman. Also mit anderen Worten, wenn wir tatsächlich einmal Quantencomputer bei der Arbeit beobachten können, werden sie vielleicht gar nicht so viel können. Aber vermutlich werden sie gerade das besonders gut können, was die bisherige häufig vorhandene Verschlüsselung in unserem Internet an allen entscheidenden Punkten bricht. Also ist es, meinen wir, mittlerweile fahrlässig, nicht bereits jetzt damit anzufangen, Kryptografie auszurollen, die das nicht mehr so einfach macht. Genau, mit etwas weniger Jargon brechen Quantencomputers so ziemlich alle moderne Kryptografie, die derzeit eingesetzt wird. Es gibt viele Primitiven, die davon nicht betroffen sind. Das sind meistens symmetrische Primitiven, aber die meisten Applikationen benutzen eine Kombination aus unsicheren asymmetrischen Primitiven und sicheren symmetrischen Primitiven. Das heißt, in der Praxis sind so ziemlich alle Protokolle, die wir so benutzen, betroffen. Ein paar Protokolle haben schon den Schritt gemacht, daran zu arbeiten. Open SSH waren, glaube ich, die Ersten, die das tatsächlich in der Praxis versucht haben. Es gibt dann noch einen anderen Angriff von Quantencomputern oder einen anderen Algorithmus, über den man reden muss. Das ist Grovers Algorithmus. Auch hier wieder ist ein Name, Lovegrover. Wieder komplex, Suche durch ungeordnete Listen in O von Wurzel N statt klassisch O von N. Übersetzt heißt das, Brute Force-Angriffe werden einfacher, aber nicht so viel einfacher, dass damit Kryptosysteme ernsthaft angegriffen werden können. Deswegen würde ich das mal als Mostly Harmless bezeichnen. Genau. Würdest du es sozusagen gutheißen, wenn ich sagte, es gibt schon seit langem die Mathematik, die es den Quantencomputern ausreichend schwer machen wird und wir können das bereits heute beweisen. Nur war diese Mathematik bisher viel zu schwer zu implementieren und wir haben jetzt damit angefangen. Ich glaube, Leute haben es einfach in der Praxis nicht getan, weil es ihnen egal war, aber wir haben jetzt auf jeden Fall damit angefangen und tatsächlich analysiert werden diese Probleme seit den 90er Jahren. Angefangen hat das Ganze mit dem Prozess, die Chiffren selber, also wir nennen das die Primitiven, abzudaten, dass sie postquantensicher sind und jetzt müssen wir eben damit anfangen, die in der Praxis eingesetzten Protokolle auch postquantensicher zu machen und wir updaten eben so ein Protokoll. Ja, Quantencomputer sind ein ganz heißes Eisen. Absolute Halbtechnologie, die werden alles anders machen. Wir haben es noch nicht ganz geschafft, die wirklich zu erfinden. XKCD sagt, dazu es dauert zehn Jahre. Es gab da ein paar Umfragen unter Kryptografinnen und Experten, die mal das Risiko abgeschätzt hatten. Da kamen im Großen und Ganzen raus, ja, Kryptografinnen und Forscherinnen an Quantencomputern sind sich auch nicht so ganz sicher, wie lange es noch dauern wird. Es kann auf jeden Fall passieren. Genau. Vielleicht fragt man mal bei den Buchmachern oder den Versicherern nach. Das sind meistens die, die die besten Daten darüber haben. Seit einigen Jahren streitet man sich, wie viele Jahre es noch dauert. Also wir haben es noch nicht ganz erfunden, aber wir sind dabei und wenn wir es erfunden haben werden, dann wird es ganz toll oder furchtbar. Ich bin mir sicher, es kann nicht viel länger dauern als Fusionskraftwerke. Genau. Immer zehn Jahre in der Zukunft von dem Punkt jetzt. Danke dafür. Es ist trotzdem wichtig, dass wir daran arbeiten, unsere Kryptografie gegen Angriffe durch Quantencomputer abzusichern. Da gibt es nämlich die Munch-Now-Decrypt-Later-Attacke. Andere Leute nennen das nicht so. Ich nenne das so. Da geht es nämlich einfach darum, dass Angreifer, zum Beispiel Nation States, die uns ausspionieren wollen, einfach die ganzen Daten, die wir übertragen, zwischenspeichern und sie dann, wenn es mal Quantencomputer gibt, entschlüsseln. Genau. Und das machen sie seit, soweit wir wissen, wir Hacker und die anderen auch inzwischen, seit über 20 Jahren. Das sind schon ein paar Bytes. Das heißt auch, dass wir eigentlich das Best-Case-Szenario, in dem wir halbwegs geschützt sind, ist, es dauert jetzt noch 20 Jahre, bis es Quantencomputer tatsächlich gibt. Weil wenn es die in fünf Jahren gibt, haben wir ernsthaft ein Problem, weil dann sind die ganzen Daten, die wir jetzt heute übertragen, geleakt. Genau. Und der Zeitablauf ist zumindest in seiner Wahrnehmung auf gar keinen Fall linear. Denkt an den Hype um Chat-GPT jetzt und so weiter. Plötzlich ist es passiert. Wer hätte denn das ahnen können? Hätte uns doch nur jemand gewarnt. Naja, wir versuchen es mal wieder. Ja, dieser Hamster mag vielleicht süß sein, die NSA ist es nicht so. Und deswegen sollten wir uns schützen. Das andere Argument für Firmen im Wesentlichen ist, man kann denen einfach sagen, ja, es wird halt schon standardisiert und dann müsst ihr euch daran halten, etchebetsch. Die NIST, das National Institute for Standards and Technology, also eine Standardisierungsorganisation aus den USA, hat bereits damit angefangen, Postquanten-Kryptographie zu standardisieren. Der Prozess läuft seit etlichen Jahren. Inzwischen gibt es ein paar Finalisten, von denen man davon ausgeht, dass sie dann auch tatsächlich standardisiert werden und dass sie praktisch eingesetzt werden. Bei der Verschlüsselung ist das Crystal Skybar. Der Name Skybar kommt von den Lightsabern, den Lichtschwertern, die man in Star Wars benutzt. Der Mensch, der da mitgearbeitet hat, einer derjenigen, ist so ein Star Wars-Buff. Auch die Namen bedeuten wenig, Kryptonamen bedeuten selten viel. Es ist einfach Mathematik. Ein paar andere Verfahren, meistens Signaturverfahren. Bei Verschlüsselung ist es so, dass es da eine Handvoll Schiffrin gibt, die relativ gute Eigenschaften haben, die relativ vielseitig einsetzbar sind. Bei den Signaturen ist es so, dass es unterschiedliche Einsatzzwecke gibt und bestimmte Verfahren einfach für einen Einsatzzweck nicht okay sind, weil die Schlüssel besonders groß sind oder weil die Ciphertext besonders groß sind. Das heißt, da gibt es ein paar Trade-offs, deswegen gibt es da mehr. Und auch das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hat Empfehlungen rausgehauen, was man denn so an Postquanten-Kryptographie benutzen sollte. Und zwar Frodo, Fachwort Frodo, und Classic McAleese. Das heißt, man kann auch einfach sagen, ja, nimmt halt die Standards, die Standards sagen, tut das. So, und jetzt wird es langsam etwas kompliziert. Da sind jetzt so ein paar fiese Abkürzungen. CAM, Nike, ARD, Böhmische Dörfer. CAM steht für Key Encapsulation Method. Nike steht für Non-Interactive Key Exchange. Keine Schuhe. Auch wenn die Krypto-Vorträge, die mit Nikes zu tun haben, gerne Schuhe abbilden als Scherz. Das wird irgendwann etwas sehr müdend. Dann kann man sich das besser merken. Ja, oder man wird einfach nur müde und hat so einen Geruch in der Nase. Genau. Und ARD steht für Authenticated Encryption with Associated Data. Also authentifizierte... Ich finde das ja fantastisch mit den Akronymen. Wir haben nachher noch eine Akronym-Generationsmatrix. Ja, also ich habe das vorher auch geübt, und zwar vor dem Spiegel. Und dreimal hintereinander sagen, dann dreht man sich um und schaudert. Genau. CAMs und ARDs sind okay. Kryptografie heutzutage baut meistens auf der symmetrischen Kryptografie auf. Also es gibt viele Spezialfälle, aber die Verschlüsselung nutzt üblicherweise ARDs, symmetrische Kryptografie, einfach weil die sehr effizient ist. Und da geht es bei der asymmetrischen Kryptografie nur noch darum, einen Schlüssel zu erzeugen, der dann von der symmetrischen Kryptografie benutzt werden kann. Deswegen bauen die meisten Protokolle eben auf so eine ARD auf. Und dann muss man eben sich über den Schlüsseltausch einigen. Und den Schlüsseltausch kann man ungefähr auf zwei Weisen machen. Da gibt es auf der einen Seite eben die CAMs und die NIKs. Aus Gründen, die ich nachher noch erläutern werde, benutzen die meisten Protokolle heutzutage NIKs, inklusive WireGuard. Aber die sind eben im Post-Quantum-Setting nicht verfügbar. Deswegen muss ich gar nicht so viel von Quantencomputern wissen. Ich muss selber eigentlich gar keine Quanten-Krypto-Analyse machen. Für mich reicht es einfach, Protokolle mit CAMs zu bauen. Und dann können Leute immer sagen, ja voll krass, du machst Dinge mit Quanten. Und ich weiß in meinem Kopf, dass ich davon auch nichts verstehe. So, und um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Ich habe versprochen, wir haben ein paar Demos. Genau. Deswegen zeigen wir euch gleich, wie Rosenpass funktioniert. Also wie man das einsetzen kann. Hier seht ihr die Quick-Start-Instruktionen auf unserer Webseite, rosenpass.eu. Könnt ihr durchgehen und Rosenpass einfach bei euch selber aufsetzen. Firewall-Regeln stellen sich als tricky raus. Achtet auf eure Firewall-Regeln. Das Ganze benutzt UDP. Aber wenn ihr dem Guide folgt, dann solltet ihr in der Lage sein, einfach heute Abend vielleicht noch sogar ein postquantensicheres VPN-Netzwerk aufzusetzen. Also ich hoffe zumindest, dass es postquantensicher ist. So ganz sicher sein ist dann natürlich schwierig. Also unsere wunderschöne Webseite mit ihren schönen Illustrationen, die ihr auch noch sehen werdet, ist natürlich ein ewiger Quell der Weisheit, der weiterentwickelt wird. Und wir haben auch ein wunderschönes kleines White Paper und fast alles, was ihr heute Abend seht, ist da drin oder wird in Kürze dort aufscheinen. Schauen wir mal, was passiert. Vorführeffekt? Ja, ich würde einfach mal einmal reinschauen, wie das aussieht mit so einem Exchange. Ich würde mal kurz reinschauen in die Zutaten. Im Prinzip hat man, was man normalerweise für einen WireGuard-Exchange braucht, wenn man hatte so einen WireGuard-Key, gibt es einen Private-Key und einen Public-Key. Der Private-Key, den haben wir mal, weil das mit P-Public anfängt. SK genannt, also der Secret-Key für WireGuard und der Public-Key für WireGuard. Und dann hat man einfach das Gleiche nochmal für Rosenpass. Das heißt, wir haben beides. Und das wäre dann hier der PQ wie Post-Quantum-Kryptographie, Public-Key und Secret-Key, also der PQ-S-Key. Die größten Probleme der Mathematik und der Informatik sind eigentlich nicht Informatik oder Mathematik, sondern Namen für Dinge finden. Das ist schwer. Genau. Und dann kann man sich ein wahnsinnig langes Kommando ins Terminal eintippen. Ich glaube, es sind 23 Argumente in Summe. Wie viel auch sonst. Übersichtlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen einen Exchange machen. Wir geben an, in einen Ordner, in dem wir unsere Secret-Keys finden. Wir geben an, dass wir ein Device anlegen wollen, ein WireGuard-Interface einfach, das wir Rosenpass 0 nennen. Wir wollen auf diesem Server, das ist also ein Server, der woanders ist, nicht mein Laptop, auf Port 9999 horchen. Und wir haben einen Peer, mit dem wir interagieren. Und dieser eine Peer, der hat einen Public-Key, den wir kennen. Der ist also auch schon hier abgeliefert. Und der darf unter einer bestimmten IP-Adresse mit uns kommunizieren. Und dann können wir den Server hier einmal starten. Und dann machen wir sowas ähnliches auf meinem Laptop-Lokal. Da haben wir wieder ein übersichtliches Kommando. In diesem Fall machen wir einen Exchange mit dem Client-Secret. Und wir legen auch ein Rosenpass 0-Device an. Wir haben einen Peer. Und zwar hat dieser Peer einen Public-Key. Und das ist dann der Domain-Name von meinem Server und der Port, auf den wir verbinden wollen. So, und das Versprechen aus der Werbung ist, dass, wenn ich das starte, wir hier dann gleich vielleicht einen Key-Exchange bekommen. Das Interface existierte schon. Jetzt sollte das klappen. Tücken der Live-Demo. Genau. Wir haben uns überlegt, ob wir mutig sind oder nicht und dann festgestellt, dass wir dumm sind und uns für eine Live-Demo entschieden. Ja, jetzt ist die Frage, funktioniert das Ganze? Daher würde ich einmal eine IP-Adresse auf das Interface hinzufügen auf meinem Laptop und eine IP-Adresse hinzufügen auf dem Server. Wie ihr seht, wir sind ganz vorne dabei. Wir benutzen bereits ausschließlich IPv6. Wir waren so gnädig. Wir waren so gnädig. Rosenpass funktioniert auch mit IPv4, aber nur, weil wir einen guten Tag hatten und echt gut aufgelegt waren. Genau. Und einen riesigen Kater. Und dann können wir einmal reinschauen in den Output von WireGuard, Show all pre-shared keys auf meinem lokalen Rechner, auf dem Laptop. Und wir sehen, hier ist also irgendwie schon was da. Es gibt irgendwie einen Peer und wenn ich ganz viel Glück habe, dann kriegen wir sogar einen Ping an den Server durch. Und es funktioniert. Also wir haben jetzt eine WireGuard-Verbindung aufgebaut. Jetzt bin ich erleichtert. Vielleicht nochmal eine Sache, die hier ganz interessant ist. Wir machen ja neue Dinge und neue Dinge können kaputt gehen. Und es kann sein, dass wir was falsch gemacht haben. Tatsächlich haben wir heute einen Fehler gefunden in Rosenpass und natürlich sofort korrigiert. Und deswegen nutzen wir die Kryptografie, die in WireGuard drin steckt, zusammen mit der Rosenpass-Kryptografie. Das heißt, Rosenpass macht einen Key-Exchange. Da fällt ein pre-shared Key raus. Also ein gleiches Geheimnis auf beiden Seiten. Und das geben wir einfach als pre-shared Key in WireGuard mit rein. Aber WireGuard macht auch seinen eigenen Key-Exchange. Deswegen ist es auch so interessant, hier in die pre-shared Keys reinzuschauen. Aber dazu haben wir, glaube ich, auch noch eine Folie, oder? Genau, das haben wir noch in Folien, aber schon mal merken, wir machen also an WireGuard nichts kaputt. Im Gegenteil, wir nutzen eine Funktion, die da von Anfang an, die in diesen 1700-Zahlen Beautiful Code vorgesehen ist, nämlich den pre-shared Key zu erzeugen und zu injizieren. Und wenn aus irgendeinem Grund das mit Rosenpass nicht geht, dann läuft WireGuard einfach weiter, als hätte es nichts bemerkt. Genau, zwei Dinge, die ich hier noch bemerken möchte. Wir wissen, dass dieses Kommando da oben, das ein bisschen breit ist, das vielleicht ein bisschen anstrengend ist. Wir haben nachher noch eine Umfrage, wie ihr es gerne besser hättet. Genau. Publikumsbeteiligung. Genau, nachher ist Community-Activity hier. Genau, das andere Thema ist, was wir da haben, was ihr vielleicht wissen solltet, was uns vorhin beim Testen auch aufgefallen ist, wenn ihr Rosenpass, also dem kleinen RP-Tool sagt, ja, nimm mal Port 9999, dann nimmt der auch Port 10.000 für WireGuard selber, das heißt, ihr müsst dann zwei Ports öffnen. Das hat uns vorhin ganz schön Zeit gekostet, weil ich hatte es auch wieder vergessen. Ja. So, das war eine Demonstration. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Jede Menge. Ah, super. Ja, dann darf ich euch jetzt Mathematik zeigen. Genau, ein scheuer Blick in Dinge, die ihr am liebsten nicht gewusst hättet. Genau, kurz zum Wieder-Reinkommen. Wir hatten ja vorhin diese Folie und haben gesagt, IRDs, symmetrische Verschlüsselung, auf denen baut das Ganze aus, auf. Heutzutage benutzen alle Leute Nikes. Die gibt es nicht im Post-Quantum-Setting. Was es gibt, sind Cams, Nikes, Non-Interactive Key Exchange, Cam, Key Encapsulation Method. Das heißt, das Problem, an dem wir eigentlich arbeiten, ist, von Nikes zu Cams zu kommen. Genau. Und, da wir genug Zeit haben, darf ich euch diese Folie präsentieren. Genau. Und diesen wunderschönen Generator für Akronyme da rechts, merkt ihn euch gut, den müsst ihr wiederholen und im Dunkeln aufzeichnen können. Static Secret Key Initiator, oder dann gibt es auch zum Beispiel den Ephemeral Public Key Responder. Jede Kombination ist möglich und wir dachten, wir brauchen nochmal ein Naming-Scheme, die Kryptografen sagen immer K und dann nehmen sie Groß-K und als nächstes nehmen sie Kappa. Und dann kommt Kappa in Blackboard, Blackboard-Bolt und dann kommt Kappa in Bold. und dann bekommen sie die E-Mail von mir. Genau. Also es gibt noch viel zu tun. Genau, deswegen haben wir, auch im White Paper haben wir eben diese Nomenklatur eingeführt für die verschiedenen Variablen, die wir benutzen. Und wir benutzen tatsächlich sprechende Variablen, sie sind vier Buchstaben lang. Wir haben uns aber trotzdem an der Informatik orientiert. Was ich hier links seht, ist ein ganz simpler Schlüsseltausch mit Nikes. Da seht ihr beide, also da habt ihr diese Linie nach unten und das ist ein Flussdiagramm, falls ihr das schon mal gesehen habt. Nach unten ist weiter in der Zeit. Links ist der Initiator, das ist einfach, da das Ganze startet. In TLS, in der Server-Client-Welt würde man sagen, das ist der Client. Auf der rechten Seite habt ihr den Responder. Den darf ich auch behalten, den Typo. Auf der rechten Seite habt ihr den Responder und dann haben wir jeweils dazu, was übertragen wird. Das ist auf dem Pfeilen. Und wir haben dazu auf der jeweiligen Seite die Operationen, die ausgeführt werden. Nikes haben zwei Operationen. KeyGen, Schlüssel generieren und die Nike-Operation selber, die hier DH heißt, weil in der Praxis ist das immer Diffie-Hellman. Also Nike sind quasi die Klasse von Algorithmen, die so funktionieren wie Diffie-Hellman. Es gibt auch ein paar andere, die so ausprobiert werden, aber das sind die, die benutzt werden. Genau, und dann generiert der eine Participant ein Schlüsselpaar, also ein Private Key und ein Public Key. Der andere Participant tut das auch. Die schicken sich gegenseitig ihre Schlüssel zu, also beide kennen ihre jeweiligen Schlüssel. Wir sagen jetzt hier in dem Beispiel, ja, das passiert in der Präambel, also bevor das Protokoll selber läuft. Und dann das Protokoll selber, seht ihr da ganz unten, das ist dieses Key, Pfeil nach links, DH, SSKI, SPKR auf beiden Seiten. Da werden gar keine Daten übertragen. Daher kommt auch der Name Nike, Non-Interactive Key Exchange. Es ist ein Schlüsseltausch, der keine Interaktion enthält. Wir haben also keine Kommunikation und beide Parteien führen die DH-Operation auf, jeweils mit ihrem eigenen Private Key und dem Public Key des Partners. Und die kommen dabei, so will es die Mathematik, bei den gleichen Werten raus und haben damit Einschlüsse getauscht. Ich habe eine Vokabelfrage. Vokabelfrage. Ja. Und zwar, was ist Ephemeral? Ah, danke, danke. Ja, Static steht für statisch, also der wird vorgeneriert. Das ist das, was ihr vorhin im Terminal in dem schönen Listing gesehen habt, was für so Files generiert werden. Und Ephemeral ist Kryptographensprech für Temporary auf Zeit. Ephemeral Keys sind Schlüsse, die generiert werden, während dem Ablauf des Protokolls und hinterher wieder sofort gelöscht werden, um Forward Secrecy zu erreichen. Also zwischendurch mal nachfragen, ob noch alles okay ist und ob da keiner was. Wir haben auch schon überlegt, ob wir Kekse bringen sollen. Dann ist mir aufgefallen, es war Sonntag. Ja. Passiert mir da. Oh, das ist Ostern auch. Das habe ich auch nicht bemerkt. Anyway, beide Parteien führen diese Operation aus. Jeweils mit ihren Schlüsseln, ob die jetzt Ephemeral oder Static sind, funktioniert beides. Die unterscheiden sich nicht und kommen bei dem gleichen Schlüssel raus. Und das Ganze ist ziemlich effizient, weil man dafür keine weitere Kommunikation braucht. Das ist auch der Grund, warum alle diese Nikes nehmen, weil die einfach so ein bisschen effizienter sind. Okay, wir haben es vorher noch mal in diesem Pyramidensystem gesehen. Das ist, was bisher meistens benutzt wird, aus guten Gründen. Leider geht das in Zukunft nicht mehr. und das ist eine der wesentlichen Leistungen von Rosenpass, dass wir dafür eine Lösung anbieten. Das ist auch tatsächlich gar nicht unsere Arbeit. Andere Leute haben das schon gemacht, aber wir haben es in eine Software, die benutzbar ist, eingebaut. Hier sieht man Cams. Das, was wir in Zukunft werden benutzen müssen. Schweres Schicksal. Cams haben drei Operationen. Auf der einen Seite haben sie die Operation Key, generieren wir einen Key, das ist genauso wie bei Nikes. Und dann haben sie die Operation Encaps und Decaps. Encapsulate verpack es mir und Decapsulate pack es mir wieder aus. Encapsulate nimmt den öffentlichen Schlüssel des Gegenübers, an das man den Schlüssel schicken möchte. Decapsulate nimmt den privaten Schlüssel des Empfängers. Wenn ich an eine Partei etwas, was encapsulated ist, schicke und die mir sagen kann, was es war, dann hat die Partei bewiesen, dass sie den Private Key dazu besitzt. Das nennt man Authentifikation. Die beweist, dass sie einen Private Key besitzt. Kann man auch mit Verschlüsselungsmethoden, wie hier machen, oft werden Signaturen verwendet, aber Signaturen sind dazu gar nicht strictly necessary. Genau. Encapsulate gibt nicht nur den Encapsulate gibt den symmetrischen Schlüssel zurück, dass den derjenige, der es encapsuliert, auch besitzt. Encapsulate gibt auch einen Cypher-Text, also verschlüsselte Daten zurück, die dann an den Empfänger geschickt werden. Das Ganze ist analog zu dem, was man so als asymmetrische Verschlüsselung kennt. Früher war das auch mal asymmetrische Verschlüsselung, da würde man jetzt RSA oder sowas nehmen. Heutzutage macht man eigentlich nicht mehr asymmetrische Verschlüsselung, sondern man definiert einfach eine CAM, weil für die eigentliche Verschlüsselung sind ARDs, symmetrische, primitiven, eh besser und schneller. Das heißt, man baut einfach nur noch die und bekommt dann manchmal sogar noch ein bisschen effizientere Key-Size, ein bisschen weniger Daten, die man übertragen muss. Also ich gehe nochmal zurück. Diffie Hellmann braucht keine Interaktion und kombiniert den eigenen Private Key mit dem Public Key des Gegenübers und CAMs Schlüssel erstellen, Schlüssel übertragen, symmetrischen Key verschlüsseln, encapsulieren, encapsulate und dann wieder dekapsulieren. So, und das wirkt jetzt auf den ersten Blick ein bisschen einfacher als das vorherige Protokoll, weil hier auch zwei Pfeile sind, die ein bisschen weiter auseinander sind. Ich habe da aber ausgespart, dass das hier ein Protokoll ist, was eigentlich nur eine einseitige Authentifikation macht. Ich habe ja gerade erklärt, Beweis, dass ein Private Key im Besitz des Empfängers ist, passiert hier implizit auf beiden Seiten. Also beide Parteien wissen, ja, das ist schon die richtige Person, mit der ich gerade schreibe oder der richtige Participant. Würde man sagen. Und hier ist es nur einseitig. Also der Responder beweist dem Initiator, dass der Responder seinen Private Key kennt. Das ist aber nicht umgekehrt. Und bei dekaps sollte noch ein Parameter mehr dabei sein. Den behalte ich auch. Den Typo. Das hier ist, wie man ein Static-Static-Key-Exchange, also wo beide Partner sich beweisen, dass sie den jeweiligen Schlüssel besitzen, realisieren würde mit CAMs. Beide erzeugen ihre Schlüssel im Setup. Übertragen die sich aneinander und beide Parteien führen jeweils encapsulate und decapsulate Operationen durch und schicken die jeweils an sich gegenseitig. Beim eigentlichen Protokollverlauf sind das zwei Nachrichten, die übertragen werden. Eine Runde, sagen wir. Eine Runde, einmal hin und zurück. Bei Nikes sind es null Runden. Nikes, seht ihr hier, wird die falsche Folie. Nikes werden hier keine Daten übertragen während dem eigentlichen Protokoll. Bei CAMs werden zwei Nachrichten übertragen. Es ist auch ein bisschen gelogen, was ich so schreibe. In der Praxis benutzen die Protokolle, komplexere Dinge. Da möchte man irgendwie noch andere Eigenschaften haben. Es ist aber auch tatsächlich so, dass Rosenpass ein bisschen mehr Interaktion braucht als WireGuard. WireGuard braucht zwei Pakete, Rosenpass braucht drei. Nicht so schlimm in der Praxis, aber sollte man gesagt haben. So, und das ist jetzt, wie Rosenpass funktioniert. Hier seht ihr drei von diesen Flussdiagrammen. Ich habe mir mal aus Platzgründen die Operationen an den Seiten jeweils gespart. Das sind einfach im Prinzip dreimal diese Operationen hier. KeyGen, N-Caps, D-Caps. Passiert hier genauso. Bei allen Plätzen ganz oben KeyGen wird einmal der Schlüssel übertragen. Dann wird vielleicht im Fall von InitiatorAuth aus protokollspezifischen Gründen, also im Fall der InitiatorAuthentifizierung, wird die Identität des Initiators übertragen, einfach weil es das einfacher macht und der Empfänger nicht raten muss, mit wem spreche ich da eigentlich. Dann wird der Beweis zurückgeschickt, ja, ich kann das wirklich, dann wird eine Challenge geschickt, also ein Cypher-Text generiert. Der Empfänger entpackt die Challenge, bekommt dadurch den Schlüssel und beweist dann auch mit einem Acknowledgement, wie wir es hier genannt haben, also mit einer Bestätigung, ich kann das wirklich auspacken. Das machen wir dreimal. Einmal um den Initiator, den Beginner, den Starter zu authentifizieren, dann einmal um den Responder, den Empfänger zu authentifizieren und dann ein drittes Mal mit einem zufällig gewählten Schlüssel, um Forward-Secrecy zu erreichen. Das ist diese Sicherheitsproperty-Eigenschaft, die wir vorhin erklärt haben, die dafür sorgt, dass selbst wenn die Polizei bei den Serverbetreibern einreitet und die Private Keys, die Static-Private Keys mitnimmt, bleibt immer noch eine Sicherheit erhalten. Genau, also wir fragen zwischendurch immer noch mal nach, bist du eigentlich immer noch derselbe, der da sitzt und lauscht? Genau. Selbst wenn die statischen Schlüssel eingesackt werden von der Polizei, können sie die Interaktion, die Daten, die hin- und hergesendet wurden, nicht mehr entschlüsseln, weil das ist ja noch der dritte Schlüssel, der Ephemeral, der Zeitweise-Key. Und der wird dann gelöscht, sicher gelöscht, der wird auch gar nicht auf Platte geschrieben oder so, sondern der bleibt einfach im Speicher. Und dadurch, dass der gelöscht wird, kann er auch nicht mehr eingesackt werden. Ich habe eine Frage. Wenn der Ephemeral-Key also dann nach einer Zeit gelöscht wird, wie lange lebt der denn so? So lange wie ein Hase oder Fliege? Arme Hasen, so lange leben die auch nicht. Aber der Ephemeral-Key lebt zwei Minuten, der ist sehr kurzlebig. Wir machen, ähnlich wie Wireguard, machen wir in der Praxis alle zwei Minuten ein Key-Exchange, dann wird der neue Schlüssel an Wireguard geschickt und der alte Ephemeral-Key wird dann nach weiteren zwei Minuten gelöscht. Also hier hatten wir drei Chem-Operationen, zwei mit statischen Keys, einen mit einem Ephemeral-Key, einem Key, der spontan erzeugt wird und dann übertragen wird. Zwei Operationen mit den statischen, um zu beweisen, dass die Teilnehmer wirklich die sind, die sie vorgeben zu sein und einer, um Forward-Secrecy zu erreichen. Ja, und ihr habt es im Wesentlichen geschafft, weil das war auch schon, wie das Ganze funktioniert hat. Dieses Slide hier, es ist nicht ganz akkurat, im White Paper wird das nochmal genauer beschrieben, wie das in der Praxis funktioniert, aber dieses Slide, dieses Diagramm ist einfach die verschiedenen Operationen zusammengefasst. Und dann werden eben die Pakete entsprechend kombiniert. SPKI sieht ihr in der Präambel auf der ersten Linie, SPKR, kennt ihr von der Responder-Authentifizierung, wird dann hier auch übertragen und dann so weiter, Komma bedeutet einfach nur, die werden aneinander gehängt in einem Netzwerkpaket. Stumpf, diese drei Operationen werden zusammengehängt, man muss die Keys, die Schlüssel übertragen und genau, dann werden noch drei Pakete hin und her gesendet und dann ist man eigentlich durch. So sieht das Ganze in unserem White Paper aus. Da kommt noch ein bisschen Kram dazu, das Biscuit oder das Biscuit. Ja, wie die genau aussehen und wie lang die sind, könnt ihr im White Paper nachlesen. Da müssen wir jetzt aus Zeitgründen nur einen kleinen Sprung machen. Skippen wir ein bisschen drüber. Genau, aber das Biscuit sorgt dafür, dass noch bestimmte Attacken, die bei WireGuard und bei Post-Quantum-WireGuard unser Vorgänger-Paper möglich waren, nicht mehr möglich sind. Details erzählen wir dann ein anderes Mal. Ah, die Slide wollte ich doch eigentlich runterbewegen. Das ist super viel Text. Wir gehen da einfach direkt drüber. Ihr dürft euch das hinterher, wenn ihr unbedingt wollt, nochmal durchlesen. Eigentlich wollte ich euch das hier zeigen, das ist nämlich die Demo. Also, wir benutzen sozusagen Rechtschreibkontrolle für kryptografischen Code und auf einer Konsole sieht das unter anderem altersdiskriminierend so aus. Also, mein Konsole-Front ist ja sehr, sehr groß. Ich habe das absichtlich kleiner gemacht, dass ihr das ganze grün da unten sehen könnt. In Farbe. In Farbe, genau. Wie bei Software-Tests ist es auch hier so, dass wir eben testen, wie gut die Kryptografie funktioniert und dass wir uns freuen, wenn alles grün ist, wenn es rot heißt, wenn es rot ist, heißt, dass wir einen Fehler gemacht haben. Jetzt ist es natürlich so, ich würde sagen, das Rosenpass-Projekt ist auf der Komplexitätsebene für Software, so bei Moderat. Das heißt, wir haben schon ein bisschen verschiedene Tools, die reingehen. Wir interagieren mit WireGuard, wir nutzen Kryptografie-Implementierungen, die in C geschrieben sind. Rosenpass selber ist in Rust geschrieben. Proverif, diese statische Analyse, die schreibt man in einer Sprache. Das ist eigentlich gar keine Sprache, die ist ganz gruselig. Und das ist alles irgendwie ein bisschen unübersichtlich. Das sind viele kleine Zahnrädchen und um das ein bisschen ja verfügbarer zu machen, aber vor allem, damit ich es auch ausführen kann, habe ich das Ganze ein bisschen mit Nix gepackaged. Kurze Frage, wer kennt Nix? Okay, das ist motivierend. Ja, das richtige Publikum. Man muss nur zum richtigen Publikum gehen. Ich entschuldige mich im Voraus für den dunklen Witz, aber alle, die Nix nicht kennen, das macht auch Nix. Im Prinzip ist es also so, wir haben unser Projekt organisiert in einem Repo. Ich use mein lokaler Checkout von dem Repo und wir haben diverse Checks definiert in einem Flake. Flakes sind die neue heiße Sache, wenn man was mit Nix machen möchte. Der Satz klingt auf Deutsch sehr doof. Und das, was wir hier drin haben, sind also sowohl entsprechende Pakete, die man bauen kann, wo das Rosenpass Binary drin ist, wenn man das benutzen möchte. Aber wir haben zum Beispiel auch diesen erwähnten Beweis oder die statische Analyse mit dem Proverif-Tool hier gepackagt. Also man könnte jetzt anfangen mit Nix Bild und dann irgendwas mit Proof und dann müsste, ich habe es schon gebaut, aber ich könnte es nochmal bauen und dann würde das anfangen, das zu bauen und dann dauert es sehr lange, also auf meinem Laptop ungefähr eine Viertelstunde. Wir warten es besser nicht ab. Aber hier würden nach geraumer Zeit dann kleine Beweise rausfallen oder kleine Behauptungen, dass bestimmte Eigenschaften, die wir auf dem Protokoll claimen, tatsächlich auch eingehalten sind. Der Fairness halber muss man sagen, das prüft nicht den tatsächlichen Source Code, sondern eine abstrakte Definition von dem Protokoll. Das heißt, das Protokoll kommt mit einer Form der formalen Verifizierung. Der Source Code ist halt so gut, wie er ist. Er ist in Rust geschrieben, also er könnte schlechter sein, aber da sind garantiert noch maskierte und auch nicht maskierte Fehler drin. Und wenn jemand einen findet, andererseits mit den Slides, dann ist das auch super, wenn ihr den Fehler dann kommuniziert. Genau, also auf GitHub Rosenpass findet ihr unsere Repos und dann tut da mal Issues hin und so. Wir würden sehr gerne über kryptografische Fehler in unserem Protokoll wissen. Haltet euch da nicht zurück, behaltet die Fehler bitte nicht. Ich bin ganz besonders stolz darauf, dass es in Farbe ist, wie ich eben schon gesagt habe, als ich dieses Tool das erste Mal benutzt habe, hat das so Textbrechreiz bekommen und da hatte ich so ein paar 10.000 Zeilen Text und ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen sollte. Ich habe kürzlich auf einer Konferenz gelernt, die anderen KryptographInnen haben das gleiche Problem und alle haben ihr eigenes Tool, das genau das hier macht. Und wir sind überlegen, ob man da vielleicht nicht mal irgendwie Arbeit reinstecken sollte. Wir sind dann darauf gekommen, dass man daraus kein Paper rausmachen kann und dass man es deswegen lieber lassen sollte. Ja, es scheint da eine Konferenz für Usability zu geben, aber die wissen nichts von symbolischen Beweisen und formellen Beweisen, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Wir bemühen uns, wir beschweren uns laut. Vielleicht, um das nochmal zu illustrieren, der Output von dem Tool ist also ein Dot-Graph und ein paar HTML-Dokumente, wo drinsteht, welche Clauses überprüft wurden und ob die Behauptung gehalten hat oder nicht. Die Summe aus diesen HTML-Dokumenten, die nicht gestylt sind, das ist einfach ein rohes HTML, ist ungefähr 200 Megabyte groß. Also das ist eine Menge extrem unlesbarer Output, der da für den Menschen produziert wird. Ja, wir hatten das Repository am Anfang in so einem privaten GitHub-Dings, einfach weil wir in Ruhe programmieren wollten und dann hat, wann ja angefangen, da dieses CI-Tools einzubauen und einfach alle Artefakte hochzuladen. Irgendwann hat GitHub so mir eine böse E-Mail geschrieben und so geschrieben, schönes Repository haben Sie dann doch da. Geben Sie uns mal Geld, ansonsten können Sie keine weiteren Artefakte hochladen. Und dann hat mich Bania sehr treu angeschaut, da habe ich gesagt, ja okay, ich zücke meine Kreditkarte. Ich musste aber am Schluss nichts zahlen, weil ich sehr froh bin, denn GitHub ist nicht so eine nette Firma. Insofern, müssen uns nur die Kreditkartendaten geben. Na, dann machen wir mal weiter mit der Präsentation. Genau. Ja. Jetzt kommt die allerbeste Grafik von allen. Das ganze Team sitzt übrigens hier auch unsere Illustratorin Molana. Also, extra Applaus. Ohne die so alte Menschen, so alte Menschen-TM wie ich nie eine Chance gehabt hätten zu kapieren, was hier läuft. Aber jetzt. Genau, also diese Grafik ist, made by Mulana und Marai. Unglaublich vielen Dank. Ich habe gestern Danke, danke, das war awkward von mir. Ich hätte das vorbereiten sollen. Die Grafik, wo habe ich letzte Nacht noch gemacht? Sie sah sehr schlecht aus und dann habe ich die so hochgeladen und gesagt, könnt ihr daraus noch schnell was machen? Und dann ist heute Abend das da rausgefallen zum Niederknien. Frisch von der Presse, das stellt da, wie Rosenpass und Wireguard miteinander interagieren. Also dann. Auf der einen Seite ist Rosenpass, auf der anderen Seite ist Wireguard, beide laufen zusammen. Das ist das Wichtigste, was wir immer dazu sagen müssen, wir ersetzen Wireguard nicht, beide funktionieren einfach zusammen. Rosenpass macht Handshakes und dann macht es noch ein Handshake und dann macht es noch ein Handshake immer weiter. Und jedes Mal, wenn Rosenpass ein Handshake gemacht hat, etwa alle zwei Minuten, setzt es den PSK, den Pre-Shared-Key in Wireguard. Wireguard war clever genug, sich zu denken, ah, in zehn Jahren haben wir vielleicht das Problem mit Quantencomputern und hat gleich eine Funktion eingebaut, die es quasi einfach macht, da Post-Quantengryptographie einzubauen. Andere Protokolle sollten sich da vielleicht auch eine Scheibe abschneiden, andere Implementierungen, zumindest so was einzubauen, dass so ein Tool wie unseres dazugepackt werden kann. Wireguard selbst macht alle zwei Minuten auch einen neuen Handshake, da lädt man den Schlüssel rein, den neuen PSK, dann bricht keine Verbindung ab oder so, sondern einfach beim nächsten Rekeying, das Wireguard macht, so nennt man das, benutzt es den neuen Schlüssel. Und das heißt, das Ganze ist vollständig transparent, im Hintergrund werden einfach immer neue Schlüssel erzeugt und dann werden die übertragen und es funktioniert einfach im Wesentlichen. Und da kann es natürlich passieren, dass Wireguard aus irgendeinem Grund weiter funktioniert, aber Rosenpass nicht, zum Beispiel, weil die Firewall verkonfiguriert ist, wie bei uns heute. und dann geht Rosenpass tatsächlich hin, erzeugt einen zufälligen, einen kaputten Schlüssel, den der Peer nicht kennt, schreibt den in Wireguard rein, um absichtlich die Verbindung zu unterbrechen, weil die ist dann ja nicht mehr vollständig kryptografisch gesichert. Das hört sich jetzt so ein bisschen unangenehm an, ja, dann verliere ich doch meine Verbindung. Wenn wir das nicht tun würden, würde man das eine Downgrade-Attacke nennen. Dann würden Leute einfach Rosenpass unterbrechen und Wireguard würde fröhlich weiter funktionieren, und deswegen unterbrechen wir absichtlich die Wireguard-Verbindung und dann, wenn aber Rosenpass wieder eine Verbindung hat, wird der Schlüssel einfach ganz normal an Wireguard gegeben und Wireguard kann auch eine neue Verbindung aufbauen und die Recovery, also das Wiederherstellen der Verbindung, geht sogar relativ schnell, weil Wireguard da Funktionalität drin hat, die, wenn es einen Fehler gibt, schneller nochmal einen neuen Handshake macht. Das heißt, sobald die Verbindung wieder funktioniert, baut sich die auch wieder automatisch auf. Vielleicht an der Stelle noch einmal ein Chapeau an Wireguard. Der Mechanismus, einen Pre-Shared-Key zu benutzen, um eine Kryptografie-Implementierung mit Erweiterungen versehen zu können, das ist sehr genial. Wir linken gar nicht gegen den Wireguard-Code selber, also wir brauchen den Source-Code von Wireguard gar nicht und trotzdem können wir einen eigenen Key-Exchange davor klemmen, haben die kombinierte Sicherheit von dem Wireguard-Key-Exchange und unserem Key-Exchange, das heißt, jemand müsste beide Exchanges brechen, um die eigentliche Information im Tunnel zu komprimittieren und dadurch, dass der Pre-Shared-Key zwei Slots hat, das hat man wie so A-B-Buffering, kann man den einen Key aktualisieren, wenn wir gerade einen Handshake durchgeführt haben nach zwei Minuten mit Rosenpass, aber selbst wenn das nicht in Santan passiert, bleibt der Tunnel erhalten. Das heißt, das permanente Durchtauschen von dem Pre-Shared-Key verursacht nicht mal eine minimale Service-Description, bei der kurze Zeit Nachrichten nicht entschlüsselt werden können, sondern es geht einfach seamless durch. Wenn ihr vorhabt, ein Kryptografie- beinhaltendes Software-Tool zu bauen, die Idee, dass man von extern einen Pre-Shared-Key substituten kann und man da ein A-B-Buffering hat, ist eine sehr gute Idee. Das macht es sehr zukunftsfähig. Genau, das ist sehr, sehr schön designt tatsächlich und das hat auch noch so Vorteile, wie das Wireguard im Kernel läuft und im Kernel möchte man ja nicht so einfach neue Software draufwerfen. Die vorherigen Versuche, Wireguard zu bauen, haben das gemacht, die haben einfach in den Kernel-Fost-Quanten- Kryptografie reingeworfen und sich dann gedacht, das wird schon gehen. War eine coole Demonstration, war aber halt für einen akademischen Zweck. In der Praxis möchte man das vielleicht eher so haben, dass dann der neue heiße Scheiß gut isoliert in einem Docker-Container oder in einem Micro-VM, woran wir vielleicht arbeiten werden, läuft und besonders gesichert ist. Genau, das ist so ein bisschen schon die Zukunft, das sehen wir dann gleich, nachdem wir noch ganz kurz in die Kryptografie geguckt haben, was da eigentlich drin ist. Rosenpass für Wireguard ist der Anfang, da war es aus eben geschilderten Gründen das einfachste und das glaubwürdigste tatsächlich, aber natürlich braucht auch die Cloud, braucht unsere ewig vorhandene E-Mail, brauchen Embedded Systems, brauchen Micro-VMs und so weiter, unbedingt auch so was. Dahin wird die Reise gehen. Genau. Kurz noch zu den verwendeten Chiffren, weil Leute uns immer wieder fragen, Rosenpass verwendet Classic McAleese, Classic McAleese ist ein Verfahren, das, ah, ich habe die Jahreszahl korrigiert. Ah, sehr gut. Danke für den Catch vorhin von dem. Für den alten Mann, der das noch wusste, ja. Opa erzählt von alten kryptografischen Verfahren. Vom Krieg der Sterne. Genau, wir benutzen Classic McAleese, das wurde in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre schon erfunden, wird seitdem kryptoanalysiert. ähm, steht. So, ist richtig gut abgehangen, damit machen wir unsere Authentifizierung. Der Grund, warum Classic McAleese nicht so benutzt wurde, ist, weil die Schlüsselgrößen riesig sind. Es gibt ja immer so diese drei Werte, den Private Key, den Public Key und den Cypher Text. Private Key ist klein, Cypher Text ist auch super klein, super effizient und der Public Key ist so ein paar hundert Kilobyte bis Megabyte groß. In der Praxis eher meist so 4 MB. Ihr könnt ja überlegen, was das in früheren Netzwerken so gemacht hat und warum das keiner benutzt hat. Genau, das heißt, es war lange Zeit, hat man gesagt, ja, das ist ja gar nicht praktisch und dann haben Leute irgendwie absurd große, effiziente Computer mit viel Speicher entwickelt. Heutzutage ist das gar nicht so ein Problem und für uns ist es zufälligerweise auch genau das Richtige, denn wir übertragen ja die statischen Public Keys gar nicht selber, sondern nur eine Peer ID, also die Identifikation des Peers. Das heißt, wir profitieren von den kleinen Private Keys und von den kleinen Cypher Texts, aber müssen diese großen Schlüssel nur einmal übertragen, das heißt, unser Key Exchange passt tatsächlich in drei Pakete, die jeweils in UDP V6 Frames reinpassen. Heißt, es ist tatsächlich in der Praxis ziemlich effizient, obwohl wir Classic Maker Lease verwenden und wir benutzen Kyber, das ist das mit den Lightsabern und das benutzen wir für die Ephemeral Secrecy, also für diese Forward Secrecy und das ist auch Sicherheit gegen Store Now Decrypt Later Attacken, Manch Now Decrypt Later, wie wir es vorhin genannt haben und das erfüllt auch so im Wesentlichen, was die Agencies gerade von Postquanten Kryptografie wollen, das heißt, wir haben auf der einen Seite die Sicherheit von dieser ganz sicheren, mehr Open-Sourcigen, naja, gab es auch nicht nicht Open-Source, aber von dieser alternativen Chiffre und dann haben wir auf der anderen Seite die standardisierte Chiffre in genau dem, was die Standards wollen. Wir holen uns das Beste aus allen Welten, aber wir arbeiten auch daran, wenn wir uns immer mal wieder Leute anschreiben, ist das nicht doch ein Problem, dass die Schlüsse so groß sind, also haben wir gesagt, ja, okay, bauen wir euch halt einen Command Line Flag ein und das wird auch irgendwann kommen, dass man dann halt sagen kann, ja, nimm halt FrodoCam, dann ist das BSI vielleicht auch superglücklich. Muss man im Wesentlichen darauf aufpassen, dass man Leuten nicht erlaubt, ihre Systeme zu verkonfigurieren. Es gibt so ein paar Postquanten-Algorithmen, die in den letzten Jahren gebrochen wurden und die möchte man dann nicht Leuten erlauben, die das zu benutzen. Du meinst Krypto bei Hirnschmalz? Hm? Krypto bei Hirnschmalz? Also es gab da so Sachen wie Seaside, worauf alle gehofft haben und dann gab es so Menschen, die viel von Isogenien erklärt haben. Isogenien ist das Wort bei dem Kryptografen wegrennen, weil sie nicht wissen, was es ist, außer eine Handvoll Menschen, die immer kommen. Darf ich dir von Isogenien erzählen? Jedenfalls Isogenien, so wie sie da verwendet wurden, haben sich alles nicht so gut gezeigt, waren lange Hoffnungsträger für Likes und es passiert schon ab und zu, dass da so auch Algorithmen brechen. Also, dass die nicht mehr sicher sind. Genau, und der Ausblick hier noch ganz schnell, was wir in Zukunft planen. Rosenpass und Kubernetes wollen wir eventuell tun. Einfach mal so zeigen, dass das geht. Leute verschlüsseln ja auch relativ wichtige Daten so zwischen Kubernetes-Clustern. Wollen wir einfach einbauen. Isolation, Micro-VMs und Docker für die Leute, die wirklich Angst haben, unseren schlimmen Rust-Code einzubauen. Für die machen wir dann das. Die dürfen dann auch ihren Raspberry Pi nehmen, um unseren Code laufen zu lassen und das in ihre WireGuard-Instanz reinschieben oder so. Und wir wollen Wissenschaftskommunikation machen, weil Leute Kryptografie nicht verstehen. Das heißt, wir arbeiten gerade daran, Leute, Partner-Ideen zu finden, wie wir das Ganze gut vermitteln, eben auch doch diese komplexeren, modernen Anwendungsfälle von Kryptografie. Nicht nur, ja, hier hast du dein Padlock, dein Vorhängeschloss und dann kannst du asymmetrisch verschlüsseln, sondern wir wollen vielleicht auch mal Multiparty-Computation, ich erkläre jetzt nicht, was das ist, aber Multiparty-Computation wollen wir vielleicht auch mal erklären. Und wir wollen zusammenarbeiten mit High Assurance- Kryptografie-Projekten, einfach um mal so ein Projekt zu haben, was als Demonstrator für ein paar von diesen Technologien dienen kann, weil das sind dann immer schöne Paper, aber dann wird es versucht, in TLS einzubauen und TLS ist doch schon ein ganz schöner Brocken und vielleicht ist es einfacher, erst mal Rosenpass so als Demonstrator zu verwenden und wenn das gut genug ist, würden wir es auch tatsächlich in die downloadbare Binary einbauen. Ja. Genau, ich überspringe das. Genau, das gibt es zum Nachlesen. Genau, das ist, wie das Ganze in White Paper aussieht, wenn ihr es nachprogrammieren wollt, dann hat Mulala wieder da so eine Grafik gebaut, die es einfach macht und dann haben wir da auch noch Zeilennummern, die schön durchnummeriert sind, dass sie das auch noch taggen können im Code, das heißt, das ist schön, so könnt ihr vergleichen, was hier steht und was dann in der Implementierung steht, um die Protokollimplementierung auch zu verstehen. Sag hallo. Genau. Grüß dich schön. Und? Ja, wir hatten ja in der Demo schon gesehen, dass wir eine relativ große Anzahl an Worten haben, die man also hintereinander in so eine Shell eintipseln muss, bis man dann ein Exchange gestartet hat. Damit sind wir unglücklich und also zum einen ist es so, im Moment, wenn man einen neuen Peer hinzufügen möchte zu einem existierenden Setup, dann würde man den Rosenpass-Prozess beenden und einen neuen Rosenpass-Prozess, der dann mehr als 23 Argumente hat, starten und dann hätte man noch einen Peer mehr. Ich glaube, es sind pro Peer drei bis vier Argumente, also unter 30 immer noch für zwei Peers. Das andere ist, es ist durchaus denkbar, dass nicht jeder überhaupt eine Kommandozeile benutzen möchte und es wäre zum Beispiel vielleicht schön, wenn man ein grafisches User-Interface anbieten könnte. Jetzt ist es so, wir machen Dinge im Rahmen von High-Azure-Incrypto, die fragil sind. Wir haben zum Beispiel unseren eigenen Allocator für Secrets eingebaut, der basierend auf Libsodium, Maloc versucht aus Versehen das Leaken von Secrets noch unwahrscheinlicher zu machen und sowas könnte kaputt gehen, wenn jemand einfach unseren Rosenpass-Bild linkt gegen seine Software und daher wollen wir irgendwie auch ein Interface, was am besten Rosenpass als eigenen Prozess laufen lassen kann, aber trotzdem zur Laufzeit ohne einen Neustart von dem Rosenpass-Prozess umkonfigurieren lässt. Dann haben wir darüber nachgedacht, wie könnte man das machen? Wir haben unsere Boxhandschuhe vergessen, aber wir sind Feinde, wir haben zwei verschiedene Ansätze. Ich sage, ich hätte gerne eine Konfigurationsdatei, irgendwas Einfaches, vielleicht Tommel, wo man also reinschreiben kann, eine Liste von Peers immer mit einem Endpoint oder einem Public Key von dem Peer und dann halt Private Key und Public Key File, also als File Path für den Server. Und K.O. hat eher die Vision, dass man da ein Unix-Domain-Socket benutzt, also dass man vielleicht dem Rosenpass-Server die Möglichkeit gibt, dass ein Controller mit dem sprechen kann und dann ganz einfache Sprache vielleicht sagen kann, ich möchte einen Peer hinzufügen, ich möchte noch einen Peer hinzufügen, ich würde diesen Peer jetzt gern kicken. Ich weiß nicht, haben wir vielleicht jemanden von Mulvart hier im Raum oder einem anderen VPN-Anbieter? Was wünscht ihr euch? Was meint ihr, was ist hier ein guter Lösungsansatz? Wie wollen wir die Anzahl der Kommandozeilen-Argumente in Rosenpass verringern? Hashtag Shameless Self Plug. Wir wollen, dass andere Leute Rosenpass einsetzen. und die Frage an euch ist, wie würdet ihr es gerne einbitten in andere externe Tools? Da rauf runter, machen wir mal eine Umfrage. Ja, das ist eine gute Idee. Das lässt zu wünschen, so intuitiv. Hinzufügen, entfernen von Peers ohne Neustart, also CLI-Improvement. Wer das gut findet, macht mal so. Das sind die wenigen, das sind immerhin so ein paar. Okay, und Caro, sag mal, was du möchtest. Scheiße, darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Rosenpass konfigurieren per Unix Domain, so mit dem man dann zum Beispiel auch mit so Dingen wie SoCAD über Netzwerk auf andere Hosts schieben kann. Oh, kommt Leute. Das ist eine tolle Idee, helft mir. Ja, wir brauchen noch Wissenschaftskommunikation, um das aus diesem schrecklichen Selbstversuch herauszuführen, der wir jetzt sind. Ja, also wenn ihr so wenig Leute ihre Hand heben, dann brauchen wir definitiv noch Wissenschaftskommunikation. Und wen kann ich? Wir haben übrigens so ein Chaos Social Account, also Rosenpass at Doppelpunkt Chaos.social, also lasst es uns wissen und lasst die anderen wissen, worüber wir hier so diskutieren. Like and subscribe too, please. Das wäre der Call to Action. Wen kann ich ködern, wenn wir sagen, wir haben einfach einen Daemon, der kriegt einen Config-File übergeben als ein Argument und das Config-File konfiguriert den Daemon. Wer findet das gut? Ja, Demokratie funktioniert manchmal. Danke. Ja, gibt es noch Fragen im Saal? Sind wir so weit? Kommt da noch einer oder war es das? Man weiß ja nie. Ja, okay, später. Ach, genau. Ich glaube, das war es. Wir haben nur noch dieses Slide. Vielleicht finde ich eine, die gut so zum Anschauen ist. Den Hasen. Ich finde den gut. Passt ja schlecht. Wir sind ja auf dem Easter-Hack. Ich glaube, ich lasse das. Das ist inhaltlich. Okay, meinetwegen. So, vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch was kommt. Du hast noch gesagt, wie wir auf den Namen kommen. Richtig. Ich soll noch sagen, wie wir auf den Namen Rosenpaas kommen. Also, habe ich geteasert. Also, das ist eine lange Geschichte. Bitte. Ja, also, ich sah es eines Tages so da und habe im Internet gebrowsed, was machen eigentlich Leute für so Postquanten-Kryptografie-Dinge und habe mir dann so diverse Anbieter angeschaut und die hießen alle wie Cyberprotect Now! Defense Shield! Star Wars. Star Wars! Martial Military Thing! Defend yourself now! Und mir ging das ganz schön auf den Geist und ich dachte, was kann ich nehmen, dass maximal girly klingt? Genau. Denn, 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 wie wir ja wissen, wenn, wenn so alte Männer wie ich dann so fragen, sagen Sie mal, wie machen Sie das dann mit Ihren Devs und sonst, ach na ja, ach wissen Sie, ich mache mir mehr so die, die Kommunikation. Das mit der Entwicklung, das lassen wir die Frauen machen, der Code wird eh besser, wissen Sie ja. Also das Ding ist auch, ich wollte auch aktiv dafür sorgen, dass nur Leute, die sich trauen, pink zu tragen, Dinge mit Rosenpass machen können. Genau. Weil das Logo pink enthält. Genau. Und wenn ihr auch so fancy Merch haben will, den gibt es hier bei Linda in Hamburg, bei Bremenbüdel, genau wo es den anderen Merch auch gibt, gibt es einen Rosenpass-Shop. Also alles community nah hier. Hallo. Ich glaube, wir haben da eine Frage. Ja, also mich interessiert mal, was für eine Rechtsform seid ihr? Seid ihr ein Verein oder entwickelt ihr so eine Freizeit? Wir sind ein unglaublich fossiges Fossprojekt. Free open mit Soße und Schaf und sind einfach so da und lassen uns Geld über den Zaun werfen und schreiben dafür Code. Sogar unser Logo ist CC bei. Also wenn ihr einen Pornshop mit Hasen aufmachen wollt, bitte, aber vergesst nicht die Quelle. Ich habe eine andere Antwort. Unsere Rechtsform ist ephemeral. Das außerdem. Nein, also um die Antwort auch ernsthaft zu geben, bisher ist das nicht so wirklich eine Rechtsform. Wir haben ganz lange einfach so als Projekt gearbeitet und dann letztes Jahr hat mir mal jemand gesagt, hier, wir wirft dich doch dahin, da gibt es Funding. Dann habe ich Text geschrieben und dann gab es tatsächlich Funding und dann sind Leute dazu gekommen und können Dinge tun und da unterstützen, dass es auch so awesome wird, wie es ist. Und ich glaube, das macht uns zu einem Verein in der Gründung. Oder so. Wir verfolgen einen gemeinsamen wirtschaftlichen Zweck, sagen die Juristen. Ja, irgendwie KG oder so. Nein, aber das Ziel für mich ist schon, irgendwie da raus was erwachsen zu lassen, was dann auch tatsächlich benutzt werden kann, um mehr so Science Communication zu machen und dann auch tatsächlich als eigenes Forschungsding steht. Mal schauen, ob das klappt. Also Business-Ideen bei mir einwerfen, das ist das, was so nebenbei. Wir haben noch eine Frage. Ja, ich habe eine Viscom-Frage. Vielleicht führt sie auch jetzt so ein bisschen zu weit hier. Warum kann man mit dem Shor-Algorithmus einen Nike angreifen und einen Cam nicht? Also an welcher Stelle setzt der Shor-Algorithmus bei dem Nike an, was er beim Cam nicht kann? Ich sollte da, glaube ich, mal zurückgehen. Da ist hier die Slides, die wir dafür hatten. RSA ist eine Cam. Also nein, ist es nicht, weil es nicht als Cam definiert wurde, aber es ist asymmetrische Verschlüsselung. Damit ist es quasi eine Cam. Nike, Diffie Hammond und ECDH, Elliptic Curve Diffie Hammond, sind jeweils Nikes. Das heißt, es gibt sowohl Nikes als auch Cams, die gebrochen wurden. Und die Frage ist nicht, ob Postquantum-Kryptographie Nikes oder Cams angreifen kann, sondern die Frage ist, welche mathematischen Probleme einfach lösbar sind mit Quantencomputern. Und nun ergibt es sich so, dass einfach noch niemand gut funktionierende Nikes gefunden hat im Postquantum-Setting. Es gab da Versuche, es wird aktiv daran geforscht. Leute, die das schaffen, werden hart bejubelt werden, aber es hat einfach noch niemand geschafft. Es gibt da keinen fundamentalen Grund. Das, was ich auf Wikipedia gelesen habe, über Schauss-Algorithmus, weil ich kann ja keine Quantencomputer, ist, dass der Instanzen des Hidden Subgroup-Problems auf, jetzt bekomme ich es auch nicht, so kannst du nachschauen, aber da gibt es eine Klasse von Problemen, die es lösen kann. Und da fallen zufällig die da drunter. Und so lattice-basierte Verfahren oder code-basierte Verfahren, wie wir sie einwenden, eben nicht. Da gibt es eine lange Schlange am Mikro. Ich wollte mal fragen, welche Eigenschaften hat denn euer Server? Also kann man irgendwie rausfinden als Angreifer, dass da ein Rosenpass-Server auf dem Port läuft, oder ist das weiter nicht möglich? Da haben wir eine sehr gute Mitigation gegen. Uns ist heute nämlich aufgefallen, dass Rosenpass abstürzt, wenn man es mit Nmap anfingert. Also nein. Aber das ist auch wieder gelöst. Also das war eine Mitigation, aber wir haben uns dann dagegen entschlossen. Das macht ja andere Fesse auf. Ja, also wenn ich jetzt spontan mein Kryptoanalyse-Brain anwerfe, ich habe mir das noch nicht so genau überlegt, ich denke, dass wenn man den Public Key des Gegenübers kennt und dann ein Paket hinschickt, bekommt man eine Antwort, an der man detektieren könnte, dass der Rosenpass läuft. Wenn man den Public Key des Gegenübers noch nicht kennt, sollte da nichts rausfallen, wo man quasi detektieren kann, dass das Rosenpass ist. Es ist relativ stealthy. Wir arbeiten noch daran, es noch stealthier zu machen. Das war jetzt aber nicht primär ein Ziel und Leute, die sehen, da laufen jetzt genau Pakete mit 1100 something Bytes drüber, die werden wahrscheinlich irgendwie schon sich denken, ja gut, das ist wahrscheinlich Rosenpass, wenn das mehrere Leute einsetzen. Aber es ist relativ stealthy. Also du kannst, ich glaube, eine NMAP-Detection zu bauen, dafür wäre gar nicht so einfach. Wie sieht das auf Klientseite aus? Kann man da Fingerprinting machen? Das ist eine tolle Frage. Es gibt streng genommen bei Rosenpass keinen Client und keinen Server. Es gibt Peers und die Peers können sich gegenseitig Nachrichten schicken. Der, der die erste Nachricht schickt, den nennen wir immer Initiator, den anderen den Responder. Wenn beide Peers aber eine Socket-Adress zum anderen kennen, also ein Drupel-Port und eine IPv4 oder eine IPv6, dann ist es quasi Zufall, welcher als erstes die Initiator-Message schickt. Das heißt, es gibt keine kleinen Server-Rolle. Es gibt Peers und die reden miteinander. Der, der als erstes eine Nachricht zu jemand anders schickt, ist halt der Initiator, der andere der Responder. Ja, guten Abend. Ich habe mehr eine technische Frage und zwar, da Rosenpass ein Top-Layer ist über WireGuard, würde da es ein Penalty geben in Millisekunden in die Kommunikation zu den Servern? Wir müssen uns beeilen. Und, oder gibt es da Limitierungen an die Bandbreite und es macht die Bandbreite schmaler, dass es ein Top-Layer ist in Software? Und die zweite Frage ist, wäre es kompatibel mit Zare wie zum Beispiel Tayscale oder Zero-Tier? Also, ich glaube, die zweite Frage können wir gleich online noch klären. Wir treffen uns sicher gleich hier und dann gehen wir vielleicht an die Bar. Genau, das machen wir. Wir machen jetzt das, was Open, also was Vosbrücker gerne wollen. Jetzt dürfen uns alle eine Mate kaufen und zwar an der Mate-Bar, denn wir werden ansonsten hier rausgefegt und das geht auch an alle, die noch lange am Mikrofon stehen. Vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt beim Time-Management des Vortrags. Arbeiten wir noch. Ich kann die erste Frage, glaube ich, ich habe verstanden, wie viel Bandbreite das braucht pro Key-Exchange, ungefähr drei Kilobyte, die dann übertragen werden. Nein, 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 es ist nicht, wie groß die Pakete sind. Ungefähr acht Millisekunden braucht das Ganze. Bis gleich an der Bar und wer noch hasen möchte, hier sind welche. Und das ganze Team sitzt hier. Wuhu! Wuhu! тьсяpe du. Wenn du nicht so viel komisch bist, das ist ja alleszeit unterwegs. Vielen Dank.